Also weißt du, Sofie, langsam bringt mir das auf. Da steht er, der alte Depp, mit so einem alten Hirn, wo ich mir selber dran rumtrete und rumpastle, und dann hat er am Sonntag eine retrospekulantive Erinnerung. Kein Wunder. Schmeckt mir die ganze Weißwurst schon nimmer. Naja, mir ist ja das Wurst. Fahrst du jetzt nüber? Dann fahr ich halt nüber. Mir ist doch das Wurst. Bis zum nächsten Mal.